Ein europäischer Satelliten-Geroßkunde, der bisher mit Ariane Spas gestartet ist, wird vermutlich noch jetzt im Oktober das erste Mal Kunde des indischen Startanbieters New Space India. Das ist im Prinzip der kommerzielle Arm der indischen Weltraumorganisation ISRO. Der Kunde ist OneWeb, der bisher die durch die Ariane Group vermarkteten Soyuz-Raketen genutzt hatte. Aber nicht nur das, die indische Raumfahrt war vor der chinesischen am Mars, hat ein sehr ambitioniertes Mondprogramm und wird voraussichtlich 2024 das erste Mal eigenständig Crew in den Orbit befördern. Grund genug für senkrecht Starter, sich die indische Raumfahrt und ihre Raketen mal genauer anzusehen. Dazu gleich mehr. In der Episode heute gehen wir die aktuellen Raketen der indischen Raumfahrt durch und was ihre Technik ausmacht und schauen uns an, wohin die indische ISRO mit ihrem Crewprogramm zielt und ob die indische Raumfahrt der europäischen Raumfahrt tatsächlich so weit voraus ist. Wenn dir das Thema heute gefällt, Like nicht vergessen und wenn du mehr Videos über Raketentechnik und die neuesten Neuigkeiten aus der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, genau, unbedingt senkrecht Starter abonnieren. Jetzt aber zum Thema der heutigen Episode. Starten wird der erste indische Start von OneWeb mit dem GSLV Mark III. Das wird der erste kommerzielle Start dieser Rakete. Vorher wurden wissenschaftliche Nutzlasten der indischen Raumfahrtbehörde ISRO befördert. Unter anderem die indische Mondmission Chandrayaan-2. Die Mondlandesonde von Chandrayaan-2 hat zwar eine Bruchlandung hingelegt, ihr Orbiter arbeitet aber bis zum heutigen Tag hervorragend. Dessen Mondorbiter ist sogar mit einer Auflösung von 0,3 Metern pro Pixel bis zum heutigen Tage die beste Kamera im Mondorbit. Das stellt sogar den Lunar Reconnaissance Orbiter der NASA in den Schatten, der es nur auf 0,5 Meter pro Pixel bringt. Und das aus einem niedrigeren Orbit. Für alle Verschwörungstheoretiker, hier sind übrigens Bilder der indischen ISRO von den Überbleibseln der Apollo-Missionen. Fun Fact, nicht nur im Erdorbit wird es langsam eng. Die indische Chandrayaan-2-Mission, der Mondorbiter, hat im Oktober 2021 ein Antikollisionsmanöver durchgeführt, um einem möglichen Zusammenstoß mit dem NASA Lunar Reconnaissance Orbiter vorzubeugen. Perfekte Storyline für einen Comic. Oh, ich kann so schön den Mondorbit sehen. Oh, ich kann so schön den... Okay, ist nicht passiert, aber wer weiß, vielleicht in Zukunft. Aber zurück zur Rakete. Nicht nur Forschungsmissionen und OneWeb soll das GSLV Mark III befördern. 2024 soll dann die erste indische Kuh mit ihr in einen niedrigen Erdorbit gebracht werden. Das wäre schon eine unfassbare Leistung und würde Indien nach China, den USA und Russland zur vierten regulären Weltraumnation machen. Noch viel beeindruckender ist das Ganze, wenn man sich das Budget der ISRO anschaut. Das Jahresbudget 42023 liegt gerade mal bei 1,7 Milliarden Dollar. Das ist weniger als die NASA mit ihrem 24 Milliarden Dollar Jahresbudget in einem Monat ausgibt. Und wenn wir schon bei Zahlen sind, Deutschland gibt in Summe grob 1,5 Milliarden Dollar für Raumfahrt pro Jahr aus. Die indische ISRO, das steht für Indian Space Research Organization, wurde im Jahr der Mondlandung am 15. August 1969 gegründet und hat über 19.000 Mitarbeiter. Das sind mehr als bei der NASA, die hat grob 18.000 und fast doppelt so viele wie das deutsche DLR mit seinen etwa 10.000 Mitarbeitern. Aber machen wir uns nichts vor, Lohnkosten in Indien sind nicht die höchsten. Es gab eine ganze Reihe von Raketen in der indischen Raumfahrt. Ich beschränke mich heute auf die aktuell fliegenden. Wenn du mehr zur Geschichte der indischen Raumfahrt erfahren magst, empfehle ich dir das Video von Scott Manley. Das verlinke ich dir unter dem Video. Nun aber endlich zu den Raketen. Fangen wir mal mit dem Polar Satellite Launch Vehicle, kurz PSLV, an. Das PSLV ist immer eine vierstufige Rakete. Sie gibt es jedoch in unterschiedlichen Versionen, die sich im Prinzip nur durch ihre seitlichen Feststoffbooster unterscheiden. Die Hauptabmessungen mit 44 Metern Höhe und 2,8 Metern Hauptdurchmesser sind immer für alle PSLV gleich. In der Grundversion, dem PSLV G, sind es sechs Feststoffbooster an den Seiten. Das G steht nicht für Grundversion, sondern für Gineric. Aber Grundversion kann ich mir besser merken. Das PSLV G markierte 1993 den Erstwug des PSLV. Die Leo Kapazität des PSLV G sind etwa 3,2 Tonnen. Zusätzlich gibt es noch das PSLV CA. CA steht für Core Alone, also ohne seitliche Feststoffbooster, das dann 2,1 Tonnen in den Leo schafft. Und weiter gibt es dann das PSLV XL, das mit gepimpten Feststoffboostern an den Seiten 3,8 Tonnen in den Leo wuppt. Alle PSLV sind also vierstufige Raketen, wobei die Antriebstechnologie der einzelnen Stufen, sagen wir mal so, gewöhnungsbedürftig ist. So ist beim PSLV die zentrale erste Stufe tatsächlich Feststoff, die zweite flüssig, die dritte wieder Feststoff und die vierte dann wieder flüssig. Fangen wir mal mit der ersten Stufe an. Diese Feststoffstufe mit dem Namen S139 ist eine der größten Feststoffraketen der Welt und verbrennt 138 Tonnen Feststoff auf HTPB-Basis. HTPB und Feststofftriebwerke, spannendes Thema. Zu diesen Schubgöttern habe ich ein eigenes Video, das ist sehr, sehr beliebt auf Senkrechtstarter, das verlinke ich dir unten in der Beschreibung. Diese erste Stufe ist unter anderem deshalb so wichtig für die indische Raumfahrt, weil ebenso das deutlich größere GSLV auf diesen Antrieb setzt. Zu ihm kommen wir aber gleich. Der S139 Booster ist aus höherfestem Stahl, was sich auch in den über 30 Tonnen Leergewicht zeigt. Satte 490 Tonnen Schub erzeugt das S139. Fun Fact, das S139 hat keine Schubvektorsteuerung, wie wir es sonst so zum Beispiel vom Shuttle oder von der Ariane kennen. Also da wird ja mit einer Hydraulik die Düse um zwei Achsen geschwenkt. Die ablative Düse des S139 ist tatsächlich starr, der Schubvektor kann aber trotzdem angepasst werden, und zwar durch das Einspritzen von einem Oxidator. Über einen Ring mit 24 Einspritzdüsen wird in das Feststoffabgas bei Bedarf eine Strontium-Perchlorat-Lösung eingespritzt. An der Düse, wo dann der Oxidator in das Abgas kommt, wird die Verbrennung beschleunigt, was dann den Schubvektor leicht verschiebt. Dieser Stoff, dieser Oxidator, ist in kleinen Seitentanks an dem S139 angebracht, die ein gutes Stück kleiner sind als die Feststoffbooster an den Seiten. Allerdings ebenso die Core Alone Version hat zwei dieser Tanks, die oft fälschlicherweise als Feststoffbooster bezeichnet werden. Diese Fehlannahme kommt dadurch, weil sie unten tatsächlich kleine Hypergoletriebwerke haben. Das aber nur für die Rollkontrolle. Kommen wir zur zweiten Stufe, die wird von einem einzelnen Vickers-Triebwerk angetrieben, das Hypergoletreibstoff auf Hydrazin und die Stickstoff-Tetroxid-Basis verfeuert. Übrigens kommt das Triebwerk ursprünglich aus Europa. Das Viking-Triebwerk, auf dem das Vickers basiert wurde, wurde weit über 1000 Mal produziert. Es war so zuverlässig, dass man irgendwann im Ariane 4-Programm dazu überging, nicht jedes Triebwerk zu testen, sondern nur Stichproben zu machen. Wenn nicht die europäische Raumfahrt mehr interessiert, habe ich ein Video zur Ariane-Raketenfamilie. Verlinke ich dir unten in der Beschreibung. Ja, zurück zur indischen Raumfahrt. Im Gegensatz zur ersten Stufe kann das Vickers um zwei Achsen geschwenkt werden. Kommen wir zur dritten Stufe. Mit der dritten Stufe haben wir dann wieder eine Feststoffstufe, die ihre Rollkontrolle tatsächlich von den Hypergolen-Steuerdüsen der vierten Stufe bekommt. Die vierte Stufe nutzt dann ähnlich wie die zweite Stufe Hypergoletreibstoffe auf Hydrazin und die Stickstoff-Tetroxid-Basis. Wenn du dich jetzt fragst, warum denn dieser Mischmasch mit den Feststoffstufen, zumal Feststoffraketen ja nicht unbedingt billig sind, Tja, vielleicht deshalb, weil Indien Atommacht ist. Eine solche Atommacht will ja nicht nur Atombomben haben, sondern auch ein Gefährt, mit dem sie einem Gegner die Bomben auf den Kopf werfen kann oder zumindest damit drohen kann. Dafür nutzt das Militär aus einer Vielzahl von Gründen gerne Feststoffraketen. Ja, und in der Raumfahrt greift man dann auf diese meist militärisch zuerst entwickelten Fähigkeiten zurück. Hier macht Europa übrigens keine Ausnahme. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Frankreich mit der Ariane 6 seine brandneuen U-Boot-gestützten Atomraketen querfinanziert hat. Aber zurück zur indischen Raumfahrt. Die nächstgrößere Rakete ist das Geosynchronous Satellite Launch Vehicle, kurz GSLV. Es hatte den gleichen Zweck wie die Ariane 5 oder die H2 in Japan, nämlich Indien einen eigenen Zugang zum bisher sehr lukrativen geostationären Orbit zu verschaffen. Für eine dementsprechende Performance wurde die Notwendigkeit einer kryogenen Oberstufe identifiziert, die man sich dann bei der MK1 aus Russland eingekauft hatte. Eigentlich sollte hier ein Technologietransfer ähnlich dem europäischen Viking passieren, aber das haben die USA blockiert. Und zwar unter dem Vorwand keine Verbreitung von Waffentechnologie, tatsächlich allerdings, denke ich, ging es um knallharte wirtschaftliche Interessen. So wurde von der GSLV die beiden Versionen MK1 und MK2 entwickelt. Wobei das MK2 die in Indien entwickelte Oberstufe besitzt. GSLV MK1 und 2 sind nicht zu verwechseln mit dem GSLV MK3, bei der es sich trotz des ähnlichen Namens eigentlich um eine technisch komplett eigene Rakete handelt. Zu der Mark III kommen wir gleich. Jetzt erstmal zur Mark II. 49 Meter hoch, 400 Tonnen schwer und in drei Stufen. Nutzlast in den Leo sind 5 Tonnen, aber wichtiger, weil dafür ist die Rakete ja konstruiert, nutzt das bis in den GTO, dem geostationären Transferorbit, immerhin noch eine Masse von 2,5 Tonnen. Das GSLV baut auf der PSLV auf, wurde aber um vier Flüssigtreibstoffbooster ergänzt. Diese L40 Flüssigtreibstoffbooster nutzen jeweils das Wickers-Triebwerk, um 40 Tonnen Hypergole-Treibstoffe in jeweils etwa 70 Tonnen Schub umzusetzen. 40 Tonnen und flüssig, daher auch der Name LW Liquid und 40 für 40 Tonnen. Die ersten beiden Stufen wurden im Prinzip vom PSLV übernommen. Die dritte Stufe wurde bei der MK1 in Russland gefertigt und flog von 2001 bis 2007. Die Mark II aus indischer Produktion fliegt seit 2010. Beide Varianten ist gemein, dass sie flüssigen Wasserstoff mit flüssigem Sauerstoff nutzen. Kommen wir zum GSLV Mark III. Das Geosynchronous Satellite Launchwege Mark III, GSLV Mark III, ist die schwerste Rakete, die bei der ISRO im Einsatz ist. Keine Ahnung, warum sie den Namen GSLV übernommen haben. Viel gemein hat das MK III mit dem Mark I und Mark II, außer dass sie gut Nutzlast im Geo drücken kann, eigentlich nicht. Berühmtheit hat das Mark III durch den Start von Chandrayaan II erlangt und ist in einer Human-Rated Version für das indische Crewprogramm vorgesehen. Auch das GSLV Mark III ist dreistufig. Die SCE 200 Seiten Booster auf Feststoffbasis sind hier die erste Stufe und zünden dementsprechend als erstes. Von diesen Boostern wurde auch Human-Rated Varianten entwickelt und sie sollen die Basis für zukünftige indische Schwerlastraketen bilden. Die zweite Stufe in der Mitte hat zwei Vickers-Triebwerke und zündet diese tatsächlich erst im Flug. Ist also wirklich die zweite Stufe. Daher wirklich korrekt die Benennung als zweite Stufe. Das Ganze wird abgeschlossen von einer Kryogen C25 Oberstufe, die wie bei Mark I und Mark II Wasserstoff und Sauerstoff verbrennt, aber eine eigenständige indische Entwicklung darstellt. Ihr Triebwerk nutzt einen offenen Gasgenerator, während Mark I und Mark II eine gestufte Verbrennung antreibt. Die namensgebende Nutzlast in Richtung Geo sind vier Tonnen, in den Leo gehen zehn Tonnen. Obwohl die indische Raumfahrt noch nicht den zuverlässigsten Ruf hat, muss man der GSLV Mark III ihre 100% Erfolgsquote zugute halten. Es war bisher erst viermal geflogen, aber die Ariane 5 zum Beispiel hatte auf ihrem ersten Flug einen Komplettverlust und bei ihrem zweiten Start nur einen Teilerfolg. Dass das GSLV Mark III bisher eine makellose Bilanz hat, könnte auch daran liegen, dass man mit dem GSLV Mark III ja im Gangajan-Programm Menschen befördern möchte. Und das bringt uns zurück zur Eingangsfrage. Die Krönung eines jeden Raumfahrtprogramms, genau, der Flug mit Crew. Obwohl die indische Raumfahrt über ein sehr, sehr kleines Budget verfügt, hat sie tatsächlich ein eigenes Crew-Programm. Seit 2018 hat man den Flug von indischen Staatsbürgern mit indischer Technik, also mit indischen Raketen, fest in der Planung von ISRO verankert und von der Politik auch mit der nötigen Finanzierung versehen. Ziel im Gangajan-Programm zwei bis drei indische Astronauten für bis zu sieben Tage in den Orbit befördern und natürlich wieder heil auf die Erde bringen. Gangajan bedeutet übersetzt so viel wie Himmelsgefährt. Die erste Crew-Mission sollte ursprünglich im Dezember 2021 mit dem GSLV Mark III gestartet werden. Jedoch wurde das indische Raumfahrtprogramm wohl besonders hart von der Corona-Pandemie getroffen. Weswegen der erste Testflug des Raumschiffs erst nächstes Jahr erfolgen soll und der erste Flug dann mit Menschen frühestens 2024. Aber auch das ist ultra beeindruckend. Auf das eine oder andere Jahr sollte es dann nicht ankommen. Nach Russland, den USA und China wäre Indien damit die vierte Nation, der das gelungen ist. Selbst wenn Europa jetzt all-in für Crew-Kapazitäten gehen würde, könnte man Indien den vierten Platz wohl nicht mehr streitig machen. Das Raumschiff wird ein Kapseldesign und ist für die Beförderung von drei Personen ausgelegt. Es wird ähnlich der Soyuz, dem Shenzhou oder dem Starliner aus Service-Modul und Crew-Kapsel bestehen. Das Wiedereintrittsmodul wird über einen ablativen Hitzeschild verfügen, dessen Technologie schon im Test überprüft wurde. Hitzeschilde habe ich ein gutes Video dazu, verlinke ich dir auch unten im Video. Das gesamte Raumschiff wird beim Start knapp über acht Tonnen wiegen, die Kapsel ist 3,5 Meter im Durchmesser und etwa 3,6 Meter hoch. In ihr befindet sich dann eine Druckkapsel mit einem Volumen von 8 Kubikmetern. Die Energieversorgung erfolgt mittels Solarpaneele. Bei ihrer ersten Crew-Mission wird die weitgehend autonome Kapsel die Erde bis zu sieben Tage lang in 400 Kilometern Höhe umkreisen und eine zweiköpfige Besatzung an Bord haben. Spätere Versionen von Gangajan werden dann mit Rendezvous und Andockfähigkeiten ausgestattet. Klar, die Perspektive ist hier mittelfristig Docken von mehreren Raumschiffen und dann später vielleicht mal eine Raumstation. Von einer indischen Raumstation ist auch schon im Programm der Ice Road zu lesen. Geplant ist die Errichtung einer 20 Tonnen schweren Raumstation als Folgeprogramm des Gangajan-Programms. Ja, als Zeithorizont nennt man fünf bis sieben Jahre nach Gangajan. Ambitioniert aber bestimmt nicht unmöglich, wenn wir uns die chinesische Raumstation anschauen. Wobei diese natürlich mit deutlich mehr Geld ausgestattet ist und sich weniger um Wahlen sorgen muss als die indische Politik. Außerdem interessant, Indien hat sich explizit gegen eine Beteiligung an der ISS entschieden. Die indische Raumstation würde eine Besatzung für jeweils 15 bis 20 Tage beherbergen können, also keine dauerhaft besetzte Station, wie sich China gerade aufbaut. Sie soll in einer niedrigen Erdumlaufbahn in 400 Kilometern Höhe platziert werden und drei Menschen beherbergen können. Ob es soweit kommt, hängt natürlich von den politischen Gegebenheiten in Indien ab und sehr stark vom weiteren Projektvorschritt des Gangajan-Programms. Ich würde es mir für Indien sehr wünschen, dass es für seine Bevölkerung in der Raumfahrt etwas schafft, auf das Indien ganz besonders stolz ist und dass viele angehende Ingenieure für das Thema Technik und Raumfahrt begeistert. Wenn dich die Episode heute für Raumfahrt begeistert hat, dann lass dem Video gerne ein Like da und wenn du mehr Videos über Raumfahrttechnik und die neuesten Neuigkeiten aus der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, genau, unbedingt Senkrechtstarter abonnieren. Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle an meine Schutzengel, die Senkrechtstarter durch ihre regelmäßigen Spenden monetär unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Ohne euch würde es Senkrechtstarter so nicht geben. Als kleines Dankeschön bekommt ihr ja alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Ihr helft wirklich aktiv mit, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Hashtag Team Space. Ich kann es kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen. Unser persönlicher Apollo-Moment. Wenn es dir genauso geht, Like nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.